Ein Mercedes-Benz V220 steht hier zum Verkauf. Der graue Kombi hat 5 Türen und bietet 7 Sitzplätze. Der Kilometerstand des Wagens liegt bei unter 5000 km. Die Erstanmeldung war Anfang 2015. Der Kombi verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Navigationssystem, Einpack-Hilfe, Bluetooth, Tempomat und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der Diesel eine Leistung von 163 PS an das Automatikgetriebe ab. Für eine Besichtigung oder Probefahrt steht Ihnen das Fahrzeug jederzeit zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017